Martyrs Delicious Burgers Was genau, meine Freunde? Six All in the Mix Und zwar habe ich einen neuen Burger lang entdeckt So sieht die eine schon aus Echt tolles Ambiente Super sauber und hygienisch Mit viel Liebe Pommes gibt es ja auch Jetzt wird das Ganze schön belegt Die stecken da echt super viel Liebe rein Und die arbeiten mit Handschuhen Boah, schaut euch das an Da ist er Jetzt bin ich schon richtig krass gespannt Erstmal der Pommes-Check, oder? Trüffel Hm, nicht schlecht Schaut euch mal bitte den Burger an Der erste Biss Ham Hm Erster Biss schon mal ein Vielversprechend Uh, mit jedem Biss wird es immer besser Schaut euch mal an, wie sauber der strukturiert wurde Wow Ich muss ehrlich zugeben, dass er den ganzen guten Bürgern in Berlin verdächtigt nahe kommt Es ist ein cooler Laden, gefällt mir Stress in Berlin Den Laden findet ihr am Meerringdamm 40 10 96 1 Berlin Checkt ab Cooler Laden hier direkt am Meerringdamm Auch LGBTQ freundlich